...20 auf 20 vor. Ballast-Hack hätte 577 auf Platz 19 vorgefahren. Also richtig von Platz 24. Christian Füge von 20 auf 15. Aber diese Aufholjagd von Weichenberger, der Wahnsinn. Da hat er die Möglichkeit jetzt sogar, diese Kamp-Wertschung sogar noch zu gewinnen. Er hat es sogar schon... ... und wo man jetzt... ... und das ist gerade sehr... ... wie jetzt... ... also würde er auch schon... ... wir haben einen Überschlag eigentlich ganz stark.